Hi, ich bin der Ling. Ich bin der Geschäftsführer von OnoQs, meinen kleinen Dschungel hier mitten in Frankfurt Innenstadt. Auf Schäfer & Solne bin ich zufälligerweise auf einer Suche nach einer Privatversicherung gewesen und glaube ich einfach durch das Vergleichsportal gefunden. Von der Ausgangssituation her hatte ich schon mal vorher einen Berater gehabt bei der Allianz und ab und an mal auch eine Versicherung selbst abgeschlossen über Vergleichsportal. Ansonsten aber noch keinen engen Kontakt mit einem Berater davor gehabt. Ich war relativ offen eigentlich am Anfang der Zusammenarbeit, wollte mir einfach anschauen, wie Berater funktionieren, also wie vergleichsweise, wenn ich dann selbst um die Versicherungsfirma gehe oder dann halt selbst ein Vergleichsportal selbst abschließe. Für die Zusammenarbeit habe ich entschieden, weil einfach ein super nettes Gespräch geführt wurde mit Thomas und mit Marc. Und vor allem auch, ich habe einfach gemerkt, dass es einfach sehr flüssig ging, sehr unkompliziert und ich musste einfach nicht viel machen, außer einfach die ganzen Sachverständige verstehen und am Ende nur noch unterschreiben, sogar digital. Die besten Momente waren in der Tat, wo wir einfach ausgetauscht haben, was wir selbst einfach im Privatleben für Versicherungen haben, also wie wir darauf gekommen sind, wie das Arbeitsleben von Arbeitsangestellten in Selbstständigkeit war, genauso wie mein Weg gewesen. Und diesen Austausch fand ich halt extrem persönlich und extrem gemütlich, dann auch mit einem Berater, aber auch irgendwie mit einem Freund ausgetauscht. Als Kunde von Schäfer & Sonne fühle ich mich nicht unbedingt wie ein Kunde, der zum Filial geht, sondern einfach immer, dass ich meinen Bros sozusagen jederzeit erreichen kann und jede Fragen einfach stellen kann. Und immer weiß, dass ich immer Hilfe kriege. Ich kann auf jeden Fall die Zusammenarbeit mit Thomas und Marc empfehlen, weil erst mal Professionalität auf jeden Fall immer herrscht. Diese Zusammenarbeit mit der Persönlichkeit auch immer an erster Stelle ging, weil ich habe auch schon mal um zwei Uhr morgens was angeschrieben. Und die haben sogar sofort geantwortet, das habe ich auch nicht erwartet. Ich habe einfach geschrieben, damit ich am nächsten Tag nicht vergesse, aber ihr habt sofort geantwortet. Das fand ich halt extrem krass. Und das ist halt einfach, die zwei Sachen sind immer zusammen, Professionalität und Persönlichkeit. So, wir sind gerade hier in Frankfurter Main auf der Eschesheimer Landstraße Nummer 66, also zwei Stationen weiter von Metropolis. Und jetzt sind wir hier auf der Hauptstraße. Man findet uns eigentlich ziemlich einfach, wenn man hier fährt und das grünste, dschungelste Restaurant hier und der Gegend sieht. Und ja, da ist mein kleines Dschungelreich. Heute machen wir mal wieder mit unserem Team beim lieben Lin Essen. Das ist unser Kunde, ihm gehört das Restaurant ohne Cubes. Und es ist nicht nur kulinarisch immer wieder ein richtig geiler Genuss. Das Essen schmeckt extrem gut, sondern auch das Ambiente sieht sehr, sehr cool aus. Dschungeloptik, das heißt, solltet ihr mal hier in Frankfurt sein, schaut auf jeden Fall vorbei und richtet einen schönen Gruß aus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017